oder warte, jetzt kann ich es ja auch eigentlich spart machen da ist eine Spinne oder so oh ja und da ist Lava hui und Redstone, das baue ich ab, gerade mal verteidige mich, wenn ja, ja, ja jetzt nichts die Spinne hockt da Achtung, noch ein Sklett, Achtung ah, blöder Mist na, komm, komm ich mach dich fertig oh, süß ja so, das hier nochmal abbauen, hier, damit ich hier hochkomme wir brauchen aber unbedingt noch zwei, da können wir uns so... warte, oh, oh äh, hast du Fackeln? ja, hier ja gut, gib mir ein bisschen, da vorn ah ja, hier wow Scheiße Boah, Junge, du hast mich dabei erschreckt Mann, ich dachte, du stehst da und du pläst dich da auf haha nein, ich bin jetzt aber auch gleich weg oh oh nein, 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 nicht in die Lava oh, mein Gott hast du aber nicht die Sachen dabei gehabt, oder? doch, und zwar alles die Diamanten, Spitzerke und alles ja haha toll ach Gott ich könnt kotzen, ey was machst du denn? wie kommst du denn da rein? ja, ich weiß auch nicht ja, ich würd sagen, reingesprungen, oh mein Gott liebe Zuschauer, das war alles Titans Schuld, er ist schuld, ihr könnt ihn auslachen, wie ihr wollt ja, ach Mist ach Gott das war so viel Arbeit, die blöden Scheiß Obsidian-Blöcke da abzubauen ach 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 Gott, muss das denn sein wieso immer mehr, hä? ach Gott ok ok dann mach ich mir mal was hier Neues hier 64 davon 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 hier drauf das misst so wieder 64 voll dann kommen nochmal paar beziehungsweise 64 zu nochmal 64 Holz gut, wenigstens haben wir dann mal genügend Holz, was ich hier grad mach mhm wow, meine Nase tut weh, gleich muss ich nie verdammt puh ok, ich geh wieder runter, kommst du mit? ja, Moment gleich gleich bin ich wieder mit von der Partie und dann rettet die Tankern wieder alles mhm kann ich mir schon vorstellen ja das ist aber sehr sehr nett von dir gut, ähm Kisne ok die ganzen zwei, drei Minuten umsonst da gearbeitet ach für sechs Blöcke auch das kann vorkommen das, das ach verdammt, Fackeln habe ich jetzt vergessen ah, warte, ich kann die ja vielleicht auch grad machen, wenn wir Kohle haben ja, ich auch so, das gibt dann schon mal wieder drei schöne Steinspitzhacken schön Steinzeit mäßig so, und dann noch ein Schwert oder zwei oder guck mal im Ofen, da müsste eigentlich noch Eisen sein ja äh ich meinte Kohle so ein Moment wie hier Kohle ein Kohlestück das bringt eigentlich auch nix obwohl ich könnte kann ich äh äh Bretter mit Bretter ne ne, Moment ach schon, gut, ne ne, so ne ne da müssen wir halt so runter ja klar, drei Skelette klar kommt doch alle her ah, Moment, wir haben ja, ich glaub auch ne Schwierigkeitsgrad haben wir ein bisschen hochgestellt, oder? Kann das sein? also ist es scheiß na egal helf mir ja warte, ich komm ja, oder verzieh dich erst mal ja, verzieh dich erst mal ja, verzieh dich erst mal ich, ich bin halt auf dem Weg, ich kann noch nicht so schnell runter ah, hier mal gut, also hier unser Tunnel, oder ja, unsere Höhle ist bisher noch nicht gut und äh, schön ausgebaut das kommt allerdings noch äh Rohstoffe sind wir am suchen haben wir bisher immer täglich, äh, versagt würde ich sagen boah, toll, jetzt bin ich noch am verhungern ah man, zwei, drei Stück Fleisch waren das verdammt ja das war wahrscheinlich jetzt alles schön ok, ich hab ein halbes Herz du musst vor tötest Sophie, los ey, was ist das hier? los, schnell ja, ok, warte, warte ich bring mich um warte, 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 warte ich muss, ich kann nicht schwitzen, scheiße oh nein, schwitzen ah schwitzen? ja warte, ich bring das um oh Gott, jetzt hast du oh gib mir die Schaufel gib mir die Schaufel ja, warte, oh, alter ne gute Schaufel ja, hier das hat es getroppt, wie geil ja genau, geh mal vor, weil da hinten ist Eisen dann schmelze ich oh, hier auch ja, Moment oh mein Gott ein Creeper zwei Creeper ein Skelett also das sieht äh, gut äh, nicht gut aus ja ich wollte schon sagen, das sieht gut aus ja ich wollte schon sagen, das sieht gut aus mein Gott Achtung, Skelett kommt mach mach dich weit scheiße, scheiße, scheiße Achtung ich mach das scheiß, Skelett werde ich ma, schnell Achtung Skelett kriege läuft aaaaaaah ich schweig, ne Was hab ich denn für ne Taste gedrückt? Idiot, der bewegt sich ja keinen Meter dann Oh Gott, ey Wow Ah, okay, die sind alle weg Hey, sammle wieder meine Sachen ein Ich komme Ja Sofern ich nicht hier getötet werde Oh Gott, ey, das ist doch schrecklich Ja, bleib einfach da, wo du bist grad dann komme ich da wieder hin Dann gib äh, leg die Sachen, die mir gehören und tue die immer einfach wie ich hatte zwei Sperr, drei Spitzhacken Steinspitzhacken Steinspitzhacken So, hier sehen wir immer wieder das Gleichgeler weil ich immer als Afferrecken bin Ah, na ne, falsch Momentan Hier lang Wupp Hier her So langsam kann ich echt den Weg auswändig weil ich ja all sterbe und wieder her gehen muss Oh Boah Ah, ich hab mal von so einem Mod gehört ähm Da kann man sich halt so so neue Mechanismen haben wie zum Beispiel so ein Steintor äh und Ah, danke, hier sind die Sachen finde ich nett Sehr gut äh Ich hab auch Oh, verdammt Steintor oder Aufzüge oder Bahnen mit halt Knopfdruck die man da betätigen kann das ist cool ich glaub wir können den mal hier auch ich weiß nicht ob das auch möglicher geht müsste eigentlich gehen Ne, das geht nicht War also zumindest manche nicht wie ähm Oh, Achtung! Zum Beispiel ähm Ach, oh! Töte's! Oh, oh! Boah! Also wie zum Beispiel äh das wie heißen das nochmal? Ähm 40 Scholz hat das! Ui! Ja, nein, gib mir das! Das sind die Sachen hier von ich tu die da wieder rein Ey, wie tue ich mir einen mittel rauswerfen? Wie geht das? Eie, alles rausziehen einfach Ja, ich hatte die weil du das ja hier noch Ja, und setz mal ne Fackel wieder hier hin Ofen? Ah, wo ist denn die Kackdruhe jetzt? Hier Also, Eisenherr Also, Eisenherr